Hallöchen, ihr Barnausen da draußen und dabei ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Two Point Hospital. So, spielen wir weiter, hoffen, dass wir nicht um den Bangrott gehen hier. Da habe ich nämlich eigentlich keine Lust zu. Was haben wir jetzt hier oben eigentlich? Das ist... Drecksaal. Die Abrundungstherapie. Und die Schocktherapie haben wir. Okay. Gut, der ist sowieso, der geht jetzt sowieso zur Heilung. Kann man eigentlich noch irgendwas kaufen, damit die Diagnose hochgeht? Das haben wir ja sowieso. Ich glaube nicht, ne? Nee. Nee, ist ne Weiterbildung. Weiterbildung, Weiterbildung. Ja. 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 Nee, leider nicht. So Freunde, wir müssen mal. Ran, ran hier. Jetzt. Bole. An der Sonne. Ja. Ja, das war's. Ja. 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 Das war's. Kommt schon! Ich hab Minus gemacht. Sieht da oben aus. Vielleicht gehen wir jetzt mal hin, dass man hier ein bisschen, ne, vielleicht mal ein Plusruf herbeikommt oder so. Weil noch sind wir ein Plus, tatsächlich. Also 2 zu 1. Chirurgie reißt du momentan richtig raus vom Geld her. Oder es gibt richtig gut Geld. 3 zu 2. Wir sind im Plus. 11 Prozent. Positiver Ruf auf jeden Fall. Also der Ruf geht hoch, meine ich. Wir haben über 30.000 Plus gemacht, das ist gut. Das muss jetzt natürlich so weitergehen. 3 von 7 haben wir nur gehalten. Mann! Ist der so lahmarschig, oder was ist mit dem? Hm. Behandlungskompetenz. Warte, hat der denn gleich abgerissen? Ne, haben wir noch gar nicht. Bin ich am Plusgeld? Ich glaub's nicht. Eigentlich mal wieder. Eigentlich steigt der Ruf sogar. Freunde. Kein Geist? Aber eine OP läuft gerade. 24.000. Läuft. Chirurgie ist gut. Ich muss natürlich gucken, dass wir den Ruf jetzt so hochdrücken. Irgendwie brauchen wir eine Marketingabteilung am besten. Wäre vielleicht gar nicht mal so unsmart. Dass wir da den Ruf hochkriegen. Attraktivität kriegen wir relativ zügig hoch. Das ist nicht der Problem. Oh, ein unbedingt ein Auflösungslabor, glaub ich. Das ist ein Auflösungslabor, das ist ein Auflösungslabor, das ist ein Auflösungslabor. Injection Room, calling Nurse. Ich würde da auch mal wieder was zukriegen. Dann können wir auch noch upgraden. Den auch direkt. Den Allerbo ist auf die erste Stufe. Ich habe Geist gehört. Fang den. Hier ist kein Finger. Oh nicht. Da. Komm mal. Kurz bevor. Kurz bevor Freddy war. Don't miss. Chirurgie sind gerade wieder zwei Patienten. Das ist schon mal gut. Achso, das ist ein Patient. Ich wollte gerade sagen. Das war der mit dem Kippie. Ich bin mit dem nicht im OP. Jawohl, da werden die Sachen abgegradet. So. Schauen wir mal End of Year. War ich nur noch. Sehr gut. Es gibt wieder Ruf und Kudos. Die Ingame-Währung. Was wusste ich auch nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Einen noch Nein 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 Ja, wo ist jetzt wieder der Letzte? Aber wie die Nadel im Heuaufensuchen, irgendwie hab ich das Gefühl. Danke, da war er, da ist er gerannt, über den Flur, da geht gar nicht, ne, äh, psychiatrie sollten wir hinkriegen, haben wir zwei, um 18% Ruf, guck an, bald im Plus gerade, das ist gut, was mit dir, du gehst schon, Frakturstation, sehr gut, sicher, da sollten wir langsam kommen, dann, wenn es geht, wer ruft, der geht hoch, unser Geld geht auch gerade hoch, das ist gut, dann ist das nächste, was wir angehen, Auflösungslabor. So. Solange wir auf jeden Fall immer Plus machen, ist alles gut. Wo ist der andere Absicht, Alter? Was ist denn da los? Ich weiß das, eben mehrere freie Dinge zu haben. Freunde der Sonne. 69.000 schon, sehr gut, 100.000. Was kostet das Ding denn? 30.000. Eine Klimaanlage. Okay. So. Für dich ist die Kiste. Sollten wir eigentlich welche haben, ne? Da hat er den, Spencer. Und Christopher. Christopher Klopfer. Wir haben zwei, ja gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal auch den Auflösungslabor. Müssen wir erstmal keinen mehr nach Hause schicken, soweit jetzt nichts anderes noch kommt. Ah, die Forschung ist fertig. Dann machen wir hier Kohle wieder. Ultraschallkanone 3 haben wir jetzt. Die haben wir noch nicht, die Entwesungsanlage. Stimmt. 5 von 7. Ruf und 10.000. Sehr gut. Der Ruf, der steigt. 25% jetzt schon. Der Wert des Krankenhauses steigt auch. Die Charakteraktivität. Gut, die kriegen wir so hoch geplästert. Der Ruf, der ist jetzt gerade wichtig. Und ich würde sagen, als nächstes bauen wir eine Marketing. Area. So, das wird schon reichen. Lockerflockig. Machen wir mal zwei Tische hier. Schönen Ankenschrank da rein. Reulösche muss sein, in jedem Raum. So, wir brauchen einen Assistenten dafür. Dann nehmen wir den. Den Robin. Personal. Der Robin macht bitte nur Marketing. Wir machen eine mittlere, äh eine kleine. Nur eine mittlere. Und auf geht's. Brauch rein. Dann steigen wir bei Winston den Ruf. Pausenzimmer. Ja, theoretisch müssen wir ein größeres machen. Nachher kommen. Jawohl. Ich meine, wir haben Fernseher mit Kaffeemaschinen. Aber reicht doch wohl. So mehr als ich habe als Pausenzimmer. Fritzmeister. Habe ich doch. Ach so. Noch höher. Ja, ja. Noch nicht. Erstmal werden wir uns ein bisschen laufen lassen. Gucken, dass wir auf jeden Fall gut im Plus sind, der Ruf hoch ist. So besser ist es. Der Wert, der steigt automatisch, wenn wir Geld haben. Jetzt sollten wir gucken, dass wir die Allgemeinmediziner noch in Stufe 3 dann später ausbilden. Was? Da haben wir da Plus gemacht. Da sind wir aufs Haulen. Alter Heulboje. Guck mal, der Ruf 300% schon. Der steigt jetzt gerade richtig durch die Kampagne. Der Psychiater hat es verkackt. Kohle, Kohle, Kohle. Das haben wir da Minus, Minus kommt noch. Ping, 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 ping. Er hat es nicht überlebt, die EUP. Notfall. Oh, Chirurgie. Guck mal, das gibt aber gut Geld. Das ist mir egal. Sechs Patienten für Chirurgie ist auf jeden Fall gut Asche. Und wieder Plus gemacht. Und wieder Plus gemacht. Jawohl. So muss das, so muss das laufen. Plus machen. Der Ruf, der steigt. Die Marktkampagne ist abgeschlossen. Da werden wir da immer... Ich würde sagen, eine große Ansicht setzen, dass wir da mal zur Rande kommen. Nein. Ich weiß. Ich weiß. See stunt monkeys, whale pigs, and Venusian tigers. What? Krookal Bay Zoo. Almost no visitor fatalities for two and a half weeks. 24 hours a day. This is Two Point Radio. So, einen noch. Hab ich alle, ne? Schade. Einen noch. Nee. Haben wir niemanden, der am trainieren ist hier irgendwo? Oder sonst wo da machen ist? Du? Nein. Nein. Assistant required in marketing. Da war sie Da hab ich sie doch gesehen Und ich würde sagen Wenn euch die Folge gefallen hat Lasst ein Eck da, lasst ein Abo da, lasst ein Kommentar da Sonst wird es einen schönen Tag, einen schönen Abend Wie auch immer Bis zum nächsten Mal zu einer Runde Two Point Hospital Tschüssingen